Köstlich leckere Stangenbrote mit knackiger Kruste selbst zu backen ist nicht schwer, wenn Sie die Backbleche von Hobbybäcker nutzen. Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit 3, 4 und 5 Längsmulden. Die Bleche bestehen aus Aluminiumlochblech, das für eine bessere Hitzeverteilung und gleichmäßige Wärme sorgt. Der stabile Rahmen und die Trennung zwischen den Mulden helfen, dass die Brote schön getrennt bleiben. Die Stangenbrotbleche von Hobbybäcker, damit gelingen Ihnen knackig frische Baguettes, die einfach nur zum Reinbeißen sind.